Jans und Herzlich Willkommen zurück zu Angerfoot Wieder beim gleichen Bosskampf Ich finde den unglaublich schwierig ehrlich gesagt Ich habe meine Sandalen wieder angezogen Damit ich hier eigentlich wirklich Im Zeug herumlaufen kann Damit ich hier übrigens ein bisschen mehr Freiraum Hau bei den ersten 2 Leveln Und das schneller Fettig Krieg Eigentlich könnte ich jetzt hier einfach warten Level 1 geschafft Bring me level 2 1 3 3 4 4 2 4 5 5 6 6 7 8 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 15 11 11 12 11 12 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 13 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 23 24 24 25 25 26 27 28 28 28 29 25 29 29 28 29 29 29 30 30 30 30 31 29 Und irgendwann, ja, fällt so ein bisschen die Lust darauf, irgendwie das gleiche zu tun, also für, irgendwie für diese, wie heißen sie nochmal, die Games, Elden Ring und Solstrap werde ich absolut nicht so haben. Eben wieder das gleiche zu machen, finde ich irgendwie so, naja, frage auch, wenn man eigentlich das Padden verstanden hat, aber man einfach fast kein Leben hat. Das ist ein bisschen ziemlich doof. Wenn wir ungefähr 5 Minuten brauchen für ihren Besuch, können wir theoretisch hier für ein dreimales Teil besuchen. Oh, jetzt ist es. Schaut ihn euch an, wir feiern euch hier, Tentakel-Fee. Noch ein Maß wird eigentlich reichen. Yes. Okay. Dann ab in den Schlund hinein. Ich sag zwar, dass ich es wieder nicht schaffen werde, weil das Fies einbringt. Das Fies nervig. Nee, nicht jetzt! Nee! 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 Fuck you! Fuck you! Ich hasse mich! Fuck you! Come on! Please! Oh Gott! Anger for future! Ich will den kontaminieren. Äh! Fuck you! Sorry. Sorry für meine Sprache, aber... Gameboss besiegt! Gameboss besiegt! Schaut ihn euch an! Das war jetzt gerade ein bisschen Adrenalinschub. Nice. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft! Und unsere Prima-Sneaker sind zurück. Sneaker gerettet. Alter, war das jetzt gut! Ich habe verstanden, wie er sich verhält. Wo sind die anderen Prima-Sneaker? Von mir erfährst du nichts. Ich lasse mir lieber einen auf den Sack geben, als zu reden. Pah! Äh! Okay, okay! Ich sage es dir. Die grössten Gangs haben die Sneaker untereinander aufgeteilt. Ein paar für jeden Anführer. Sag uns, wer das nächste Paar hat. Weisst du, ich bin in letzter Zeit so vergesslich. Es ist mir einfach entfallen. Äh! Ach, jetzt weiss ich es wieder. Die Heuschrecken haben sie. Ist das doof! Die Heuschrecken also? Von hier aus können wir die U-Bahn nehmen. Lass uns die Angelegenheit schnell regeln. Okay. Die Heuschrecken. Bevor wir das machen, kurz mal bei den Sneakern vorbeischauen. Ich glaube, wir haben neue Treffel freigeschaltet. Zum Schlitten gedrückt halten. Versuchen wir doch gleich mal aus. Wir haben ziemlich wenige. Ich meine, schaut euch das Ganze an. Hier haben wir 19 von 39 Sternen. Hier 19 von 45. Ja gut. Eigentlich finde ich das jetzt ein bisschen doof. Ich würde sagen, wir schauen uns die Heuschrecken erst in der nächsten Folge an. Ist zwar ein bisschen eine kurze Folge. Aber trotzdem. Sonst mischen wir das Ganze hier miteinander. Und das möchte ich nicht unbedingt. Von daher. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.